Die hierzu erwerbende gut gepflegte Zweizimmerwohnung befindet sich in Datteln. 1964 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 60 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 54.200 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020